Robert Rodriguez und Quentin Tarantino Lass uns die Sau umheben. Müssen wir wirklich noch mehr sagen? Ich geb dir die Kurzfassung. Es wird hart. Das hat echt Spaß gemacht! Und ist es zu hart, bist du zu Hollywood. Wo zum Teufel sind die Leichen? Überall. Oh ja! Das Grindhouse Double Feature Am 5. November bei Kinowelt TV Echt harte Filme